Wenn du triffst, dann bezahle ich dein Getränk. Was? Was war das? Wenn er trifft, dann bezahle ich dein Getränk. Das sag ich? Ja. Was für Getränke? Egal was? Egal was. Du musst aber auch ein bisschen höher machen, sonst sei alles gut aus bekannt. Soll eigentlich nur ein Vlog werden, aber wir wollen ein bisschen aufpeppen, ein bisschen spannender für euch machen. Deswegen haben wir gedacht, wir fragen einfach Leute auf der Straße, wie sie sich selbst bewerten von 1 bis 10. Und fragen dann die nächste Person, ob es stimmt oder nicht. Easy. In fact, it's okay. Nee. Also ganz einfach, von 1 bis 10, wie attraktiv bewertest du dich? Mich? Ja. Von 1 bis 10. Acht? Acht? Ja. Easy, Tamara. Okay, jetzt einfach mal ein Foto. Okay, jetzt einfach mal ein Foto. Ja, jetzt einfach mal ein Foto. Ja, jetzt einfach mal ein Foto hin, natürlich. Oder? Easy. Mach mal frech, mach frech die Füße. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Also wir haben zwei Mädchen gefunden. Wir verstehen kein Deutsch, also könnten wir eigentlich beleidigen, aber dann einfach cool. Es ist eine Format und wir müssen diesen Mädchen von 1 bis 10. Just so so? Just from the looks. 1 bis 10. 10. 10? 10. No, be honest. You have to be honest. No, he doesn't know. No one is judging. He doesn't know. No one is judging. Zero. Oh my god! No, no, not even one. And you? Yeah, yeah, yeah. You said yeah, 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 yeah. Okay, and now rate yourself from 1 bis 10. Your? You? What do you rate yourself from 2 bis 10? 10. Your 10? And you? 1. The size you buzz it? No! So right, so. So right, so. Just 0 bis 10. 8. You're 8 and she's 10. Do you think other people will agree that you're 8 and she's a 10? No. Okay. Also wir fragen jetzt andere Leute, ob die denken, dass sie eine 10 ist und sie eine 8. Easy. Yeah. So, shit. Alright, wir haben den nächsten. Du musst einfach nur diese Mädchen und dann die 10 wählen. Oder sogar 0. Das ist nicht mein Typ. Ah, nein. 0 is crazy. Beide. 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 Okay, Tanan, jetzt bewerte dich 1 bis 10. Ich bin ein Bruder 7. 7? Sagst du anderen Mädchen genau sein bis eine 7? Manche sagen so, manche sagen so. Tanan, wir sehen. Easy. Also wir haben die nächsten Kandidaten. Es ist eigentlich ziemlich easy. Wir müssen einfach nur den Jungen bewerten und dann 1 bis 10. 1 bis 10. 1 bis 10. 1 bis 10. 1 bis 9. Irgendwann. 2 bis 10. Denkst du, André Jungs will auch sagen, du bist eine Tricks oder Jungs? I don't care. Sagst du, André Jungs will auch sagen, du bist eine Tricks oder Jungs? Ja. Fertig. Gute von euch. Das haben wir so klar? Ja. Ich hab so klar auf dich. Why are you running? Why are you running? Hab ich dir nicht gesagt, wir werden zu Bide dabei sein, aber das Bild werden sie nicht machen. Einmal ein Bild. Oder kann ich ein Bild von eurer Insta oder so nehmen? Ja, das kannst du auch machen. Du weißt jetzt. Du weißt jetzt. Du weißt jetzt. Gibt ein Indy? Nee, ich hab doch. Alter. Wir haben die nächsten drei Kandidaten. Ist eigentlich egal. Mehr Bewertungen. Bewertet dieses Mädchen eins bis zwei. Sieben? 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 Sieben! 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 Ich hatte gerade Gedanken im Kopf gehabt. Ich bin Acht. Ich bin Acht. Ich bin Acht. Okay. Ja? Was sagst du? Sechs. Was sagst du? Ja. Sag die anderen Mädchen, wir werden genau das gleiche sagen. Okay. Neun sogar, neun. Die werden neun sagen. Das ist eine neun. Was sagst du? Was sagst du? Was sagst du? Ich bin ganz. Ich bin zehn. Ich bin zehn. Ich sage nur. Ich bin zehn. Ich bin zehn. Ich bin zehn. Ja, gut. Aber bist du dir sicher? Was die sagen werden? Ja. Also prob einfach ein Mädchen. Die sagen nur zehn. Die sagen nur zehn. Ja. 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 Aber ich bin humble. Deswegen. Sie getestet? Es ist humble. Es ist humble. Okay. Easy, easy, easy. Was sagst du? Foto. Ach, Foto. Foto. Nein, nicht. Du hast doch ein Gesicht von mir. Nein, du machst nichts. Ich bin immer Catfish. Ja. Entschuldigung. Ich bin immer Catfish. Ja, aber ey, ey. Von meinem Gesicht noch. Von meinem Gesicht noch. Von meinem Gesicht noch. Wir haben die nächsten Kandidaten. Also wir zeigen euch jetzt ein Bild. Du müsst einfach nur eins bis zehn bewerten, okay? Der erste Bild. Von eins bis zehn. Von eins bis zehn. Von eins bis zehn. Schau dir deine Nägel. Er ist fresh. Er ist fresh. Er ist fresh als fuck. 7,5. Du? 7, ja. Nächstes Bild. Er ist fresh. Ja. Ja. 7,5. Acht. Okay, okay. Aber noch ein Bild. Besser als Osama. Hier? Aha. Wie geht deine Nägel? 6,5. 5? Ja. Das ist gut. Wie wertet ihr euch? Genau. Wie wertet ihr dich 1 bis 10? 1 bis 10? 1 bis 10. Ähm. 8. 8. Nein, nein. Die hat 8 gemacht. Wie wertet ihr die 6? Doch. 8. 6. Ehrlich, ne? Es muss ehrlich sein. 6. Sechs. 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 Wie scheiß bist du? Guck mal höher. 7. 7. 8. 8. 7. 7. 8. Nein, 7. 7 oder 8? 7. 7. 10. 11. 11. Wir brauchen nicht mal keppen müssen. Wir übertreiben uns mal. Warum 11? Warum 11? Was hast du gesagt? 8. 8. Also. Cut. Also. Ganz ehrlich. Leute zu finden ist so schwer, ne? Ich finde die YouTubers, wie die das machen, ne? Respekt bei Leuten zu finden zuerst, dass man ein Bild machen kann. Finde ich Kraft. Also da ist eine Gruppe. Lass mal sehen, ob die jetzt erlauben. Ey Jux! Wollte ein YouTube-Video dabei sein? Egal. Ja? Bei den nächsten Kandidaten ist ganz easy. Du wärst einfach die Mädchen 1 bis 10. Okay. Erst von mir da. 1 bis 10. 7. 7 von 10? 7 von 10. Was ist sie? Guck richtig. Guck richtig. 8 von 10. 8 von 10. 8 von 10. Was wärst du dich von 1 bis 10? Mich? Ehm. Guten Tag, du bist fresh. Guten Tag. Gib mir nach. Nach? Ja. Ja, ja. Easy, easy, easy. Fertig. 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 Okay. Sie sagten, du den Tanz richtig. Oh, mein Geil ist super katt. Ja, ich werde dich ein bisschen. Wie waarom? Ich bin einfach hier. Ich starte einfach aus dem Prinzip. Na, alles gut. Aus dem Prinzip. Der Background ist ja so fackig. Hallo! Auf die Zahn, aber! Auf die Zahn! Ich will mich verleihen! Das war in der Ehe! Ich war sogar Friedman! Eis war gut, Wanda! Nein, wala! Wir haben es ernst, Wanda! Wala, ich bin ernst! Okay, okay, okay! Okay, okay! 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 Okay, look at you the load! Werner hat schon gesagt, look at you the load, look at you the load! Erstes Video, du hast es drauf, wer ist drauf? Momo, look! Warte, Wimit, Wimit! Wimit, Wimit, komm her Wimit! Wimit, lasst uns feststellen, lasst uns! Sit, sit, bin nicht schmuck, bin nicht schmuck! Warte, 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 warte! Nein, du wachst uns gleich in Richtung wieder! Der hat so geguckt, so, und dann muss er entweder so, oder so. Ich habe schon sechs, zwei gegen Samma! Ich bin gegen Ray jetzt. Also, ich hatte links und rechts. Und schneller, ich bin gegen Ray! Okay, one! Two! AAAAAAAH Jemiel, Jemiel, Jemiel Komm, komm her, komm her Das ist weg, weg durch Boah! Hey Rematch! Flex! Rematch! Rematch! Oh mein Gott! Rematch! Rematch! Warte, warte! Moment! Habt ihr mal gesehen? Oder ich mach so? Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Eigentlich wollten wir einen Vlog drehen, aber haben so was Spontanes für euch gedreht. Ich hoffe ihr fand es lustig. Also ich persönlich fand es sehr lustig auch zu machen. Schreibt gerne in die Kommentare was ihr gerne wollt, weil wir sind im Moment sehr offen, wir sind am hustlen. Egal was ihr wollt, schreibt in die Kommentare. Wir versuchen eure Wünsche zu erfüllen. Gang! Erh! Es gibt auch die Kommentare! Und es wird auch in die Kommentare!